Damit Unternehmen erfolgreich bleiben, müssen sie sich verändernden Marktbedingungen anpassen. Die Digitalisierung, der globale Wettbewerb und der Wandel von Arbeitsstrukturen stellen Organisationen immer wieder vor neue Herausforderungen. Wenn sich Märkte und Konsumverhalten ändern, ist das höchste Ziel, Wertschöpfung zu sichern. Damit Produkte, Software und Dienstleistungen weiterhin profitabel entwickelt werden, muss völlig neu gedacht werden. Advanced Systems Engineering bietet ein Leitbild für die erfolgreiche Gestaltung von innovativen Produkten, von Dienstleistungen und Produktservice-Systemen sowie deren Entstehungsprozess. Advanced Systems Engineering setzt den Impuls, alle Aspekte der Produktentstehung zusammenzuführen, aufeinander abzustimmen und disziplinübergreifend voranzutreiben. Das Leitbild integriert dabei systemorientierte und hochinnovative Ansätze des Engineerings. Es steht für eine Perspektive in der Planung, der Entwicklung und dem Betrieb der technischen Systeme von morgen. Der Wandel zu autonomen, interaktiven und dynamisch vernetzten Produkten mit steigendem Software- und Serviceanteil stellt Unternehmen vor besondere Herausforderungen. Komplexe, interdisziplinäre Entstehungsprozesse können durch strukturierte Methoden wie Systems Engineering gemanagt werden. Durch kreative Entwicklungsmethoden, agile Prozesse und digitale Tools kann Wertschöpfung auch zukünftig gesichert werden. Das Leitbild Advanced Systems Engineering schafft einen Handlungsrahmen, um die innovativen Ansätze zu integrieren. Daher arbeiten wir mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft an einer ganzheitlichen und zukunftsorientierten Engineering-Strategie für Deutschland. Gemeinsam für die Wertschöpfung von morgen.